Hallo, guten Morgen, Konfluencia. Sie sind jetzt gewöhnt, dass man Sie so anspricht, oder? Ach nee, eigentlich nicht. Also Rebecca höre ich auch immer noch gerne. Okay. Heute ist der große Tag. Was fahren Sie jetzt bis 12.11 Uhr, bis es losgeht zum Zug? Wir frühstücken gleich erstmal alle zusammen, trönen mit Meindorf, mit der ganzen Mannschaft, alle die kommen, wenn keiner krank ist. Und ja, ich glaube, gegen 11 werden wir uns auch mal in Richtung wagen und uns schon mal dahin stellen und alle begrüßen und dann den Zug abnehmen. Ist das für Sie tatsächlich jetzt auch so ein närrischer Höhepunkt? Ja, absolut. Ja, ich bin jetzt echt gespannt, wie das jetzt so alles abläuft, wie das ist, da oben auf diesem Wagen zu stehen. Sie waren noch gar nicht oben, oder? Nee, leider nicht. Ich habe immer nur Fotos gesehen und das ganze Wurfmaterial, was da so drin ist. Gut. Und die Erfahrungen der letzten Wochen, was hat Ihnen besonders viel Spaß gemacht? Am meisten Spaß hat mir tatsächlich das mit den Kindern gemacht, also in den Kindergärten, in den Grundschulen oder halt beim Kinderkarneval. Es gibt ja oft auch Vereine, die Kindersitzungen machen. Das war so mein Highlight immer für die ganzen Wochen. Ja, schön. Und Aschermittwoch ist alles vorbei und was machen Sie dann? Dann bleibe ich noch so zwei, drei, vier Tage zu Hause und am Montag muss ich dann noch wieder arbeiten gehen. Und erst mal wird ausgeschlafen, oder? Ausgeschlafen, genau. Ein bisschen Wellnessvorwehr machen über das Wochenende. Ja, schön. Dann Olau. Olau. Und viel Spaß dabei. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.